Musik 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 Was mich zu Science on Stage wirklich gebracht hat und mich auch ständig noch umtreibt, ist der Austausch mit verschiedenen Lehrkräften. Vor allem dieser Austausch über den Tellerrand hinaus, neue Impulse zu bekommen, auch sich auszutauschen über MINT-Profile verschiedener Schulen. Wie läuft das bei euch? Wie habt ihr Möglichkeiten, das Projekt in euren Unterricht zu integrieren? Nochmal ein ganz anderes Erlebnis und auch außerhalb der Schule zu sein, die Möglichkeit zu haben, nicht nur in Eulching, in dem Klassenzimmer zu stehen, sondern wohin fahren zu dürfen, andere Lehrkräfte kennenzulernen und sich auszutauschen, ist einfach schon sehr, sehr, sehr großartig. Und man nimmt dann einfach immer wieder einen Haufen Ideen mit nach Hause. Das sind so viele spannende Ansätze, die man dann selber entwickelt hat. Naja, und die tragen vielleicht weit über das hinaus, wo man selber sagt, das habe ich für meine Schüler entwickelt. Und dann kommen andere Lehrer an und sagen, wow, das ist doch toll. Genauso würden meine Schüler das vielleicht viel besser verstehen. Es ist ein Geben und Nehmen auf einer mehr als nur kollegialen Ebene. Das ist wirklich schon familiär. Und es weiß auch jeder, nichts ist hier perfekt und das soll es auch gar nicht. Es soll ja gerade anregen, dass man die Dinge nimmt und auf seine eigenen Lerngruppen adaptiert, anpasst, verbessert, in eine andere Richtung entwickelt. Und dann vielleicht damit wiederkommen mit der Weiterentwicklung und wieder austauscht. Es gibt eine Idee mit den Menschen von den Raketen dort hinten, die haben schon Kontakt zu einem Projekt nach England, dass wir vielleicht eine Mondvermessung machen, den Abstand über drei Punkte hier in Europa, Berlin, Frankreich und in Großbritannien. Und das zur selben Zeit über eine Winkelbestimmung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also das Besondere ist einfach hier die Atmosphäre. Man merkt es, wenn man hier ist. Die Leute unterhalten sich, sie tauschen Telefonnummern aus und Kontakte. Und was uns auszeichnet, ist auf der einen Seite der Ansatz von Lehrkräften für Lehrkräfte. Bei uns sind die Lehrkräfte die Experten, die sind die wichtigsten Personen, wenn es darum geht, Schüler für MINT zu begeistern. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, hier einen Blick reinzuwerfen in andere Länder. Wir unterrichten die Polen, die Franzosen, die Schweden, die Kasachen und voneinander zu lernen. Und dann besonders gute Ideen eben mit in das eigene Klassenzimmer zu nehmen.